Hallihallo, jetzt wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Survivor. Die Kamera fährt immer näher an Kel, weil ich hier schon so lange rumstehe. Und weil ihr so lange gewartet habt, geht's jetzt auch endlich mal weiter, Leute. Wir haben hier zwei von diesen Viechern direkt vor uns stehen. Ich fühle mich da, glaube ich, nicht sicher genug mit der Barrierstangen, mit dem Barrierstangenlichtschwertkampfstil. Deswegen, wir gehen lieber mal auf unsere zwei schönen Einzelklingen, Leute. Oh, das wird sehr schwierig. Ich seh das schon. Das wird sehr, sehr schwierig. Haben wir denn hier irgendwo die Möglichkeit, eventuell irgendwas zu nutzen? Hier haben wir noch kleinere Viecher. Ja, ich mach alles nur noch besser. Da haben wir noch ein kleines Viech. Ich seh es, ja. Ich seh es, ich seh es, ich seh es. Oh, was soll man machen, was soll man machen? Vielleicht mal den Mindtrick. Komm, du kämpfst für mich, mein Freund. Ach, wir können auch die dicken Mindtricken. Wir können die Mindtricken. Oh, das war aber gar nicht schlecht, dass wir das gemacht haben. Jetzt kämpfen die erst mal untereinander. Ich muss nachdenken. Versuchen wir mal, den hier zu attackieren. Oh, oh. Das ist gar nicht schlecht, Leute. Ich bin ein wahrer Jedi, habe ich den Eindruck. Sollen wir die jetzt alle hochheben? Guck mal, wie cool. Boah, wie cool. Alter. Ich bin eins mit der Macht und die Macht ist mit mir. Und zwar sowas von... Oh. Ich hab gedacht, ich krieg hier hart auf die Backen und das wird ein ganz schwieriger Kampf. Aber wenn man die Macht einfach smart einsetzt, ne? Dann ist man einfach ein Profi. Ich will den mal ein bisschen auskontern. Ich will mal... Ne, schade. Ich hatte gehofft, da kommt jetzt irgendwie so eine coole Kill-Animation. Das wollen natürlich auch immer viele sehen. Wie sehen die geilen Finisher aus? Das müssen wir mal ein bisschen... Müssen wir mal ein bisschen darauf achten, dass wir das vielleicht noch häufiger mal hinkriegen. Was können wir denn da machen? Ach, da war so Geröll. Okay, das habt ihr mir auch schon mal gesehen. Da hatte ich mich gefragt, wie man das macht. Aber da hatten wir die Machtfähigkeit auch noch nicht. Sehr gut. Leute, wir sind auf dem Weg, auf jeden Fall, zu dem Hauptziel. Und jetzt ist die Frage, was ist denn hier unten? Das sieht schon wieder so krass aus, Mann. So, hier kommt wieder die Pause-Taste zum Einsatz, Leute. Denn ich bin ein bisschen lost. Das Ding, was ich da angucke, ist die Rätselkammer. Ich bin da nochmal runtergelaufen. Ihr habt absolut nichts verpasst. Es wird einfach wieder hierher gecuttet, ne? Naja. Okay, let's go, Leute. Let's go. Ah. Nimmst du mit? Okay, wieder mal ein bisschen Jump'n'Run-mäßig durch die Gegend kommen. Ey, diese Hüttenstädte hier... Die sehen richtig cool aus. Okay, Loading Gate. Das heißt immer, es könnte was passieren, ne? Seit mich hier Ravis einmal aus so einer Sequenz rausgegriffen hat, habe ich hier echt Angst vor, irgendwo. Oh. Neblige Weite. Ich hab's schon mal gesagt, ne? Bei diesem Lava-Gebiet. Kobo haben die schön designt. Da kann man echt nichts gegen sagen. Die haben super viel Abwechslung drin, ne? Finde ich gut. Finde ich, finde ich sehr, sehr gut. Kennt man normalerweise aus Star Wars gar nicht unbedingt so sehr, ne? Häufig hat man da einfach Planeten, die dann wirklich ein einziges... Ja, Biom, wie soll man das denn sagen, ne? Also Tatooine ist komplett Wüste. Theonosis ist komplett Wüste und bergig. Und Mustafa ist komplett Asche und Lava und so. Naja. Ist das jetzt einfach nur der Rückweg? Sollen wir hier noch gar nicht lang? Sollen wir da runter droppen? Ich muss mal ein bisschen mich umschauen. Also die Fahrstühle sind alle noch nicht aktiv. Wir lernen bestimmt dieses mit den Energiekapseln hier. Ich hab das jetzt schon häufiger gecallt, dass wir das irgendwann mal lernen. Aber jetzt, Leute. Jetzt ist es wirklich so. Geil. Lander-Shuttle. Oh, und jetzt können wir endlich mal anpassen. Geil. Da geht das. Lüftungsschlitze anpassen. Ja, guck mal. Da können wir wirklich die... Oh, das ist cool. Wir können das sogar so nach oben... Warte, wir können es auch ausmachen. Nee. Okay, wir können es aber so nach oben machen. Das finde ich... Finde ich eine coole Nummer, oder? Einflusses Gameplay nicht steht auch dabei. Okay, Klinge haben wir ein bisschen umgeändert. Ach, was mir auch mal gesagt wurde. Ich soll mal wirklich versuchen, dieses Zocker-Ding reinzunehmen. Ich bin mal gespannt. Da soll man ja eigentlich nach dem Tod die Erfahrung verlieren. Aber, ja gut, wir nehmen das mal. Come on. So, zusammengepart mit Weisheit. Wir sollten jetzt richtig dicke Erfahrungen kriegen, beziehungsweise Bonus-Erfahrungen. Ich hoffe, das lohnt sich. High-Reward. Aber auch High-Risk irgendwo, ne? Ich kann den Lift von hier nicht holen. Okay. Hier kommen wir auch noch nicht weiter. Hier sind so viele von diesen Energiekapseln. Ich bin mir fast sicher, dass wir das kriegen. Das Lambda-Shuttle sieht auch cool aus. Hier haben wir später eine Abkürzung. Ich glaube, das ist der einzige Weg, den wir haben. Das ist der Weg. Wir werden auf jeden Fall auch so ein bisschen weiter auf die Parierstange gehen. Ich versuche immer, alle Kampfziele irgendwo so ein bisschen weiterzulehren. Geil. Und weiter mitzunehmen. Das sieht man auch. Das ist so ein bisschen gebogen. Also, ne? Diese Lüftungsschlüsse sind ein bisschen anders. Ja, das war es nicht. Man muss da so ein bisschen mehr auf Range spielen, habe ich den Eindruck, ne? Der hat eine sehr, sehr hohe Reichweite vom Schlag. Aber die braucht auch eine ganze Weile, bis er rauskommt. Können wir den parieren? Ja. Ja. Ne? Die Kugeln, die sind es jetzt nicht. Come on. Und den stechen wir mal ab. Den können wir nicht abstechen. Das geht nicht. Ja, das meine ich jetzt. Und das sieht so dämlich aus. Jetzt verliere ich hier gegen so eine dumme Kugel, Mann. Ach, der ist so langsam. Aber gut, da muss man mit klarkommen. Oh. Ein Wanderer in dieser Einsamkeit. Hallo. Was machst du hier? Oben Metall, unten Nebel. Wir verstecken uns dazwischen. Du versteckst dich hier? Die Raiders sorgen zwar für Lärm, aber so leicht übertönt man das Imperium nicht. Also warten wir ab. Wer letztlich am lautesten ist. Okay. Pass auf dich auf. Das gilt auch für dich. Und dich. Hahaha. Hahaha. Und dein Gong-Truid ist cool. Hahaha. Cool, wie die sich unterhalten. Das ist ja super. Gong, gong, gong. Malhöhle. Bobo. Verbannter. Ich bin ein Verbannter. Ja, sieht eigentlich ganz cool aus. Vielleicht mit anderen Farbkombinationen, oder? Sieht so ein bisschen Jedi-mäßig aus. Nehmen wir mal bestimmt, wenn wir irgendwie andere Farbkombinationen dazu finden. Sind denn eigentlich die Kisten gerandomized, frage ich mich? Kriegt man aus den Kisten immer das gleiche an den gleichen Orten? Wahrscheinlich, oder? Aber vielleicht ist es ja auch in irgendeiner Form so ein bisschen gerandomized. Wer weiß. Ja, mal schreiben, wenn ihr es wisst. Okay, was haben wir hier hinten? Was erwartet uns hier? Es sieht alles so einödens... Hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Ja. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Wo kommen jetzt hier wieder so Horror-Passagen, wo die hier auf mich warten und so? Aber finde ich auch wieder cool, dass wir hier erstens natürlich wieder gegen Imperiale kämpfen. Das ist in dem Spiel hier... Es hat sich ein bisschen gezögert, ne? Man kommt hier häufiger mal gegen die Batlem Raiders, was ja auch nicht schlecht ist. Oh, oh. Was wartet hier auf mich? Ich bin schon wieder... In Aussicht eines Bosskampfs oder so. Wir sind auch noch mal Tote. Das wäre der Rückweg. Ich bin mir schon bewusst. Ich wollte mich nur noch mal umschauen. Oh. Oh, sieht das cool aus. So schattenmäßig. Kommt da langsam angestapft. Ich will noch grad scannen, mein Freund. Überwachungsausrüstung. Ein seismischer Detektor, der durch schwere Impulse verborgene Objekte findet. Ein unglücklicher Nebeneffekt war, dass er die lokale Fauna anlockte und wütend machte. Durch die Zeit und die Elemente ist er mittlerweile funktionsunfähig. Oh, er erinnert mich an die eine Rebels-Folge. Den Spinnen. Ist das ein besonderer Mogu? Ich kam nicht. Ich... Oh, scheiße, Mann. Der prügelt mich. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Ich hätte das Soccer-Ding nicht mitnehmen sollen. Wir gehen auf die zwei Kling, ganz ehrlich. Und runter mit dir, mein Freund. Jetzt geh auf die Knie vor dem mächtigen Je... Ich hab' ich Glück gehabt. Nein! Ich... Ich häng' in der Ecke! Ich brauch... Ich brauch... Ich brauch mehr Platz. Ich brauche mehr Platz! Folgt mir gar nicht. Hand doch jetzt. Ich hab' langsam hinterher gestappt. Und runter mit dir! Nochmal auf die Knie vor dem mächtigen... Ah! Vor dem mächtigen Jedi? Alter, mein Gott! Warum stell' ich... Nein! Warum stell' ich mich denn so schlecht an gegen den? Die Knie hab' ich auch schon lange nicht mehr gekämpft. Vielleicht liegt das daran. Yes! Das war aber sehr schön gespielt. Wow. Nein! Den machst du nicht auf mich. Haha! Mein Freund! Und jetzt! Gibst du mir nochmal einen Schlag mit? Und... Jetzt! Gibst du mir keinen Schlag mit? Und jetzt wirst du gefinished. Ja, Mann! Oh! Den hatten wir aber auch noch nicht gesehen. Ich wusste, dass er etwas faul ist. Alter! Ich hab' mir so oft an irgendwelchen Kanten gehangen, wo ich... Ich hab' nicht... Ah, ich... Man muss auch seine Umgebung abchecken. Uh! Da hab' ich hier irgendwo gehangen und der hat mich so... Ich find' das so geil, wenn er einen so hochhebt. Ich find'... Ich kann gar nicht mehr den Satz beenden, weil ich so aufgeregt bin. Ich find' das so geil, wenn er einen hochhebt und dann so richtig am Fuß packt und einen so gegen die Gegend schlägt. Das ist richtig cool von der Animation her. Mega nice! Sieh dir das an! Hui! Okay, warum gibt's dich hier? Gibt's normalerweise auch schon mit nem Grund. Ist hier aber nichts, was ich freisprengen kann. Der war auch einfach nur so versteckt. Ist das jetzt das Element hier? Denn jetzt hier versteckte Rollminen überall. Wir werden's sehen, Leute. Ah, find' ich übrigens auch cool mit dieser Geschichte hinter dem Detektor. Gab's, wie gesagt, in Rebels auch mit den Spinnen so'n bisschen. Und gab's auch in KOTOR damals. Also im ersten KOTOR-Teil. Ich glaub' auf Kashik. Da gab's auch so Sensoren. Die dann die lokale Fauna so'n bisschen verrückt spielen lassen, ne? Find' ich cool. Dass man sowas einbaut. Und das Imperium natürlich wieder mal rücksichtslos ohne Ende, ne? Denen ist es einfach egal. Scheiße! Also das war jetzt gerade zu viel für mein Herz. Shit, 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 scheiße, 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 scheiße! Er will mich doch nur umarmen! Nein! Der hat mich erwischt! Okay. Ey, ja, warum sind die denn so aggressiv hier? Die Dinger. Nein, es wird er macht und die macht es mit mir! Oder auch nicht. Oder auch nicht! Oh nein, er tötet mich, er tötet mich, er tötet mich! Ich muss ausweichen. Mach das nochmal? Er macht sich nochmal. Alter, scheiße, warum bin ich denn... So am Abkacken gegen die? Meine Güte, was ist denn los? Wir dürfen finishen gehen. Ich stelle mich gerade nicht gut an. Das gebe ich gerne zu. Der hat mich aber auch eiskalt erwischt. Ich habe in eine andere Richtung geguckt und ich habe nur wegen der Musik gemerkt, da kommt irgendwas. Und dann kam er auch schon. Oh mein Gott, mein Herz. Lauf, Schöner! Wir müssen weg! Ei, 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 ei. Jetzt haben wir auch wieder mehrere Wege, die wir gehen können und beide führen irgendwie ans gleiche Ziel. Einmal hier rüber und einmal, einmal so. Naja, hier haben wir auf den Mogu erwischt, von daher, das wird bestimmt... ...belohnendere Weg sein. Seine Kiste, die kann ich einfach von hier nehmen. Ja, das ist... ...endrückt. Oh Mann, ey Leute, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss besser werden, Mann. Ich muss wirklich... ...so was von besser werden. Das Spiel zieht aber auch gut an mit dem Schwierigkeitsgrad. Das kann man auf jeden Fall sagen. Bedeutlich schwieriger, immer wieder. Was auch gut ist, ne? Das gehört einfach zur Experience dazu. Ich weiß, viele Leute wollen einfach ein lockeres Game haben, was einfach mal so ein bisschen... Oh, das war ein Fehler. Das war so ein Fehler. Okay, ich sehe schon. Ah, das ist ja geil. Oh, da hätte ich den bestimmt reinlocken können, den Mogu. Mist. Unterlippenbad. Ja, ne? Den haben wir auch noch nicht angeguckt, den D'Artagnan-Bad. Ja. Ist okay. Wie komme ich da hin? Das sieht so aus, als könnte ich hier runterrutschen. Das gucken wir uns gleich mal an. Warte mal, können wir jetzt mal ganz smart hier... ...den Scanner auspacken? Das erste Mal, dass ich das mal smart mache. Was ist das? Gallenschlund. Ah, ist so einer. Cool. Cool, cool, cool. Ja, wir können hier runterklettern. Das habe ich gesehen. Und von hier aus können wir da runterrutschen. Wir haben zwei Stims, Leute. Wir haben zwei Stims, Leute. Wir haben zwei Stims. Das ist doch ein besonderer, oder? Ich bin so ein Vollidiot. Nein, ich bin in den... Ach du Kacke. Ich werde meine Erfahrung verlieren, Leute. Ich werde sie verlieren. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Volle Konzentration. Scheiße, scheiße, das trifft. Nee, das trifft nicht. Okay, alles gut. Und nochmal runter. Wir haben auch nicht mal unsere Zeitverlangsamung. Er trifft. Nein, der trifft auch nicht. Nein! Ui, ich bin so panisch, Mann. Alles ist gut. Ich stelle mich eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Und weg, 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 weg. Okay, alles ist super, alles ist super. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Ich nehme jetzt mal einen Sim. Ich brauche die Macht. Ich brauche die Macht. Ich versuche das hier so locker, wie es geht, nur runterzuspielen. Das war zu lang, das war zu lang. Ich habe es gemerkt. Nein, 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 nein. Du machst mich jetzt nicht noch fertig. Du machst mich jetzt nicht noch fertig. Come on, finish him. Ja! Oh! Oh! Leute, bin ich gerade froh. Abscheulicher Gallenschlund. Der hervorgewirkte Säurewurf des gewöhnlichen Gallenschlunds ist allgemein bekannt und gefürchtet. Aber er verblasst im Vergleich zudem dieser Bestie, die auf Korobo als abscheulicher Gallenschlund berüchtigt ist. Sie ist weitaus zorniger und angriffslustiger als alle anderen Gallenschlunde und ihre Galle löst angeblich sogar Pyrokrete auf. Oh, Leute, ich bin gerade so heilfroh. Ich bin gerade so heilfroh. Jetzt müssen wir nur irgendwie zu einem Meditationspunkt kommen. Kühnheit. Neuer Bonus. Der ist auch golden. Das ist bestimmt irgendwas Krasses. Das muss irgendwas Krasses sein. Okay, hier geht's wieder zurück. Ich geh jetzt erstmal zurück, Leute. Ich geh auf jeden Fall erstmal zurück zu dem Meditation... Achso, das ist ein Fahrstuhl. Meditationspunkt. Die Prospektoren ziehen aus. Die Bestien ziehen ein. Ein unwirtlicher Ort für ein Zuhause. Nein, hier kommt man gar nicht weg, oder was? Man kommt nicht zurück hier. Nein, ich muss mit dem Leben weitermachen. Nein. Oh, bitte lass mich nicht sterben. Obwohl doch von hier, oder? Was ist eine Abkürzung bis nach ganz hinten? Ja, das geht doch. Oh, hab ich ein Glück. So, was haben wir da bekommen? Kühnheit. Erhöht Lichtschwertschaden, aber der erlittene Schaden wird ebenfalls erhöht. Jo, nehme ich ganz sicher nicht mit. Da sind bestimmt aber viele drauf reingefallen, oder? Auf den Moment eben. Oh, das ist ja richtig gemein. Ich bin gerade richtig, richtig, richtig froh, dass ich das so geschafft habe. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin. Jetzt machen wir einmal dieses Spieler-Ding rein, dieses Gambler-Ding da. Und schon kommen wir zu so einer Situation, wo ich... Direkt fast draufgehe. Dass hier auch einfach so eine legendäre Bestie rumhängt. Einfach so. Meine Güte. Zusammen werden sicherlich gut im Garten wachsen. Reden wir mit Pili darüber. Das sieht aber auch cool aus vom Gebiet her. So, ich bin gespannt, was uns die Imperialen entgegensetzen. Nichts als Nebel. Ich habe seit Wochen nichts als Nebel gesehen. Das ist die Höhe. Viel Deckung durch die Wolken. Danke für die Erklärung. Aber ich weiß, wie Wolken aussehen. Das ist irgendwas anderes. Ganz ruhig. Kein Anlass, sich so aufzuführen. Ich sitze auch hier fest. Ja, ja. Wir versauern seit einer Ewigkeit auf diesem Berg. Was mache ich jetzt? Den Mind-Trick, oder? Komm. Lass uns gemeinsam kämpfen. Seinem besten Kumpel erledigt worden. Ach, Mensch. Die armen Swarmproper. Die tun mir einfach nur leid. Die machen ja eigentlich auch nur ihren Job, ne? Das sind ja nicht alles böse Menschen, so. Oder böse Wichte, so. Jo, geil. Purge Trooper. Endlich mal. Oft habe ich gesagt, ich will häufiger gegen Purge Trooper kämpfen. Und da sind sie auch schon, Leute. Da sind sie auch schon. Und Druck da. Yes. Coole Sache. Oh, verdammt sind die schnell mit ihrem Schuss. Ich hatte gehofft, ich kann hier irgendwie einen davor ausschalten. Oh, das ist nicht gut. Hallo, mein Freund. Na? Ich muss euch erstmal loswerden, meine Freunde. Ihr fliegt erstmal ins Feuer. Und ihr auch? Und jetzt, come on. Naja, es hat nicht gereicht. Das reicht so noch nicht. Können wir die runter... Oh, viel Spaß mit der Granate, Leute. Wir müssen mal dieses Blocken lernen beim... beim Parierstangen-Lichtschwert, ne? Das dauert ewig, bis ich hier irgendwie gegen Fernkämpfer gut klargekommen bin. Das ist nicht dafür gut geeignet, muss man ja mal sagen. Aber hierfür ist es sehr schön geeignet. Und noch ein Schlag. Okay. Und noch ein Schlag. Und noch ein... Na? Und? Na? Come on, mein Freund. Und jetzt aber. Yes! Ah, so langsam... So langsam werde ich immer besser und besser und besser. Wie die hier wieder liegen. Aber hat er schon recht? Was ist in dieser Fähre wohl drin, Leute? Erstmal gucken wir uns ganz kurz nochmal ein bisschen um hier. Wie gesagt, ich gehe davon aus, wir lernen hier auf jeden Fall, das mit dem Stromkästen hacken. Das wirkt auf jeden Fall so. Ich glaube, Feuer ist One-Shot. Von daher, da sollten wir uns fernhalten. Mal. Oh, wir gehen sogar ins Lambda-Shuttle rein. Okay, Leute, wir haben uns nochmal umgezogen. Wieder die Standard-Beste, weil... Die sieht einfach ganz cool aus für so Zwischensequenzen, glaube ich, ganz gut. Und jetzt let's go, Leute. Alter. Da sind aber auch ganz viele Perch-Trupper drin. Oh. Das sieht geil aus. Ich liebe das ja, wenn man in embryalen Fahrzeugen oder so nochmal den Einblick kriegt. Beim letzten Mal, der AT-AT, diesmal das Lambda-Shuttle. Super. Oh. Diese Droiden haben es heute schwer. Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah. Das willst du. Hör dich, Kumpel. Oh. Was wird das? BD. Verschwinden wir! Huh! Boah! Ah, jetzt haben wir das gelernt. Elektro-File freigeschaltet. BD-1 kann jetzt Pfeile abschießen, der bestimmte Objekte überlädt. Durch den Pfeil von BD-1 lassen sich zudem gegnerische Droiden außerhalb des Kampfes leichter hacken. Nice. Cool. Okay, damit können wir jetzt auf jeden Fall ganz viele neue Bereiche erkunden und hier geht jetzt irgendwie was ab. Alles klar, Leute. Aber damit würde ich sagen, das war es jetzt erst einmal mit einer weiteren tollen Folge von Star Wars Jedi Survivor. Beim nächsten Mal geht es hier spannend weiter. Vielen, vielen Dank erstmal fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 – Sous-titrage ST' 501 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 Vielen Dank.